Willkommen zurück bei Körperspace-Programm. In der letzten Folge sind wir ja schon mal in Richtung Minmus aufgebrochen und jetzt wollen wir mal versuchen, ob wir dort einen Orbiter erreichen. Minmus Lander 1 Da sind unsere Lieben Unterwegs Ja, und dann spulen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen vor, ein Tag, erstmal drei Tage Oh, die Nachrichten sind wieder da. Ich habe es jetzt wieder geringer gestellt, aber drei Tage sind zu gering, äh, es ist zu gering jetzt wieder eingestellt, muss ich wieder eine Null reintun bei diesen Werten. Ich tue es nochmal in der Beschreibung, was diesen Bug behebt. Aber muss ich erst aus dem Spiel rausgehen, um die Konflikt zu ändern. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Jetzt gehen wir erstmal wieder ins Ordungszentrum, beziehungsweise Weltraumzentrum. Schauen wir weiter mal, was ich an Austrägen getan hatte. Retter, Retter, FIP ans Ziel, Orbitalstationen und Moon bauen. Satelliten und Umlaufbahnen. Und das von Minmus. Jetzt haben wir 50% zur Beobachtung und mystööse Schleimwissenschaft von Minmus. Das nehmen wir an. Aber wenn wir da eh irgendwann landen. Und, äh, wie viel haben wir denn mittlerweile von der Moon-Geschichte? Hälfte. 25%. Gut. Aber zurück zu unserem Lander. Ich glaube, wir haben viel zu viel Sprit. So. Neun Tage. Dann sagen wir mal in vier Tagen, gucken wir nochmal, was sich zu Hause getan hat. So. Atmosphärische Untersuchungen. Wir würden gerne eigene Theorien über atmosphärische Abnormitäten auf Kerben überprüfen. Gib dich dorthin für ein paar Ablesungen vor. Flug über 16.000 in irgendeinem speziellen Ort. Bobs Zurechnungsfähigkeit. Jebediahs Isolation. Für eine komplexe Abtastung mit einem Roverarm vom Affenbootbaum durch. Das machen wir auch noch. Da fliegen wir nochmal zu dem Affenbootbaum und tun wir mit einem größeren Messarm. Dafür haben wir Zeit. Wie viel? Ähm. Fünf Jahre. Na gut. So, und das sind wir wieder. Um Kreise. Minmus. Gib dich in der Nähe von Minmus auf den orbitalen Raumspaziergang. Okay. Das machen wir jetzt. Aber noch sind wir nicht bei Minmus. Dann müssen wir da wieder in den Einflussbereich kommen. Tauts noch ein bisschen. Sechs Tage. So. Jetzt schauen wir mal. Ich hab jetzt den Wert wieder auf 60.000. Ne 600.000 gestellt. Deswegen gibt's jetzt nicht so oft Nachrichten. Geht hier nichts wichtiges verpassen. Ein Geländefahrzeug gerade in Orbit von Moon befördern. Übertrag oder birg wissenschaftliche Daten von der Oberfläche von Moon. Acht Jahre Zeit. Das machen wir, weil wir da eh nochmal hin müssen. So. Auch jetzt zumindest, wirklich. Wir können da schon mal ein bisschen näher ran. Gehen. Nicht so nah. 3.000. Das wäre knapp. Ah. 25.000. So. Richten wir uns mal aus. Lass mal auch wirklich nah ran kommen. Da kommt Minmus schon. Jetzt sind wir unterwegs. Weiß. Und nun mal eine Polarumlaufbahn. 2. 2. 2. 3. 2. So wäre es gut. Neun Sekunden, sieht schon, den Treibstoff haben auf jeden Fall. Können wir erst mal gucken, dass wir hier einen IWE-Bericht machen können. Überm Binnenland, aha, ich dachte ich wäre schon überm Pool. Ah, über den Pool kommen wir nicht, jetzt kommen wir zu schräg. Na ja, Binnenland haben wir halt Binnenland, warum noch nicht? So, jetzt bremst wir ab. So, Kreise Minmus haben wir gemacht. Und jetzt in der Nähe von Minmus auf den Orbitalen. Sind wir jetzt in der Nähe von Minmus? Ja. Check. Bericht. Flachland. Sehr gut. Und hier haben wir irgendwelche Daten kommen. In der Nähe von Minmus haben wir schon. Also hier gibt es keine speziellen. Und Crew-Bericht. Haben wir auch schon. So, na gut, wenn wir jetzt Erkunde Minmus haben, können wir mal gucken, ob es zu Hause jetzt einen Landeauftrag gibt. Erkunde Minmus. Etwas mehr Crew-Mitglieder, die zu lange eingefasst sind, fangen an vom Weltraumkragen und anderen Unsinn zu faseln. Wir wollen sicherstellen, dass das in der Nähe von Minmus nicht passiert. Wir können Raumfahrzeuge nicht ewig im Orbit von Minmus lassen. Das Ding sind teuer, bringe eins zurück nach Körben. Tausche Crew zwischen Raumfahrzeugen in der Nähe von Minmus aus. Aha. Ich soll da jetzt noch ein anderes Ding hinschicken und die Crew wechseln. Aha. Also brauchen wir ein zweites Fahrzeug. Was ist denn mit unserem Minmus Orbiter? Genau. Ne, Minmus Flyby. Genau. Der ist ja vorbeigeflogen. Ob der dort kurz bremsen kann und wieder zurück. Können wir mal hier das dafür weglassen. Und zum Auswechsel brauchen wir auch nur eine Zweier-Kommando-Kapsel. Ne, das ist ja eine Granatapfel. Wiegt. Ähm. Was wiegt der? 2,27 Tonnen. Oder 2. Oder 2. 1,52. Dann können wir jetzt mal die Kapsel ausprobieren, weil die hatten wir noch nie. So. Na gut, die braucht aber ab Lado für den Rieder Eintritt, also nehmen wir doch unsere Erbse. Ne. Ne. Oder. Ne, genau. Und jetzt, wen setzt mal rein. Einen Piloten, der was kann. Und einen Wissenschaftler. Und dann geht es damit in den Orbit und ich hoffe, dass das dann klappt. Dann auf in den Orbit. Ich will mal ein bisschen schwenken. So, die ersten sind ausgebrannt, die können weg, mehr Gas geben, weiter schwenken. Nicht zu viel schwenken. Jetzt kann man schon mehr Gas geben. Bei 15 Kilometer. Weg damit und jetzt volle Pulle. 30 Kilometer sind erreicht. 30 Kilometer. So, den Resten haben hier oben. Daher frei. Feuer frei! Und wir sind im Weltraum. Und da ist das Triebwerk natürlich effizient oder effizienter zumindest. So, jetzt machen wir mal kurz Pause. So, richten uns aus. Ja, Stöckel spulen. Und 28, 84, ist okay. So, jetzt müssen wir natürlich wieder Minmus treffen. Hm, der ist gerade vorbei. Das wäre der Moon, da wollen wir gar nicht hin. Na gut, dann müssen wir wohl eine Runde abwarten. Genau. So, so treffen wir noch. Sind allerdings unterwegs. 21 Tage. Naja, das nützt ja jetzt nichts. Jetzt haben wir im Alter war ja noch da wissenschaftliche Daten. So, springen wir mal bis hin. Ja, dieser ist jetzt harvestisch. Alles ist leer. Oh, fire, fire. Nächste Stufe. Patsch. So, guck mal, was sich zuhause getan hat. Vertreibung oder berg wissenschaftlich Daten von der Oberfläche von Minmus. Jawoll, das haben wir eh vor. Aha! Sieben Tage. Oh, you don't check. Aha! Jetzt müssen wir uns noch überlegen, wen wir dann tauschen, ne? Jetzt kann man den dann auch wieder zurücktauschen, weil wir das Aufstellen von Wissenschaftszeiten, wenn wir den Wissenschaftler tauschen, ist ja der hier schlechter. Acht Tage weiter. Und jetzt sind wir schon am weitesten entfernt und jetzt kommen wir wieder zurück. Da kommen wir wieder. Eine Flagge auf dem Mond. Klar, muss man eh nochmal hin. Genau, jetzt hat es mal wieder geklappt. Nach den Tagen gab es einen ordentlichen Schwung wissenschaftspunkte. Gucken wir mal, wo es steckt. Da oben. Das sollten wir jedenfalls was machen, damit wir näher rankommen, ne? Hätten wir vielleicht eher was tun sollen, aber naja, nur ist es so. Das ist so. 174 mehr noch tausend also das ist auf jeden fall drin in acht minuten müssen 9 sekunden zünden dann würde ich wahrscheinlich mit dem anderen raumschiff versuchen die bahn anzugleichen damit ich hier noch ein bisschen treibstoff mit dem anderen haben wir eh zu viel mitgenommen sparen wir einbremsen und dann auch wieder loskommen und jetzt der umlaufbahn versuch ist ziemlich polar 12 sekunden wieder und dann auch wieder loskommen Oh, fly, oh, fly! Huch, überm Mimbus-Zimmer, naja, ich dachte, das gilt schon als nahe, aber scheinbar nicht. Also, was sollen wir noch mal machen? Ah, über Trauer der Berg wissenschaftliche Daten von der Oberfläche von Moon haben wir abgeschlossen. So, aber, tausche Crew zwischen Raumfahrzeugen in der Nähe aus. Hinweis, transferiere Crew von einer Mission in der Umlaufbahn von Minnus auf ein beliebiges Raumfahrzeug, um diese Ziel zu erreichen. Kehre aus der Umlaufbahn zurück, bringe ein Raumfahrzeug, das ich auf einem stabilen Umlaufbahn und Minnus befunden habe, zurück auf die Oberfläche von Körben und dieses Ziel erreichen. kann ich nicht. Okay, dann wechseln wir jetzt zu ihm und passen erst mal das Brand an, weil wir haben ja noch genug Sprit. noch, dass es Ziel sein soll, drehen wir uns beide in dieselbe Richtung, nochmal sehen. Ja, das ist schon mal gut. So wird man schon mal einen Schnittpunkt rauskriegen. Fünf Sekunden. Drehen wir uns mal. So, da sind wir gerade. Flachland. Flachland. Das findet unser Wissenschaftler heraus. Flachland. Aha. Haben wir scheinbar noch nicht. Doch, haben wir schon. Okay. Not done. Okay. Bo聊 jetzt schonmal. Bip. 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 Der fall. Bip. Obliv. Bip Germany. Im Fernsehen. Bip. 천kin. Bip. Wahrscheinlich hätte ich einen leeren Sitz haben müssen, muss halt einer dann draußen warten, da steckt ein, steckt wieder aus, fliegt zurück und dann steckt der andere wieder ein. Wird ein bisschen kompliziert, aber können wir hin. Crew transferieren. Das heißt doch hoffentlich aussteigen oder umsteigen, ja muss nicht andocken, so ein paar Sekunden noch. Nee, das war zu viel. Also fix wenden und korrigieren. So, Schnittpunkte ist hier. So, Schnittpunkte ist hier. Wenn wir unser Ziel einholen wollen. Na gut, wir haben erstmal eine ungefähr gleiche Kurve und dann sehen wir schon. Das ist, weil es nicht der exakte Schnittpunkt ist, aber ungefähr wird es gehen. Okay, so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 1,1 Kilometer, 1,9, na gut, so genau kann ich es nicht treffen. Ah, dort fünf Kilometer entfernt. Noch ein Stück. So, und jetzt brenn es mal ab. Gut. So, also richten wir uns mal aus, dann lieber zu. Das kann Cheb halt noch nicht so richtig. Wir müssen ja nur in die Nähe kommen. So, jetzt fliegt man genau drauf zu. Jetzt nur rechtzeitig wieder wenden und abbremsen. Tja, wer konnte denn ahnen, dass es so einen Auftrag geben würde. Aber es ist halt doch nicht immer Schema F. Ist halt ein gutes Spiel. Ich weiß nicht genau, ob sich hier jemand außen an der Leiter festhalten kann. Ich glaube, wenn ein Körbel an der Leiter ist, darf ich nicht das Raumschiff wechseln. Dann kann ich ja mal ausfahren. So. Ja. Jetzt sind wir noch. Jetzt sind wir noch. Ist noch ein Stück. Aber der Abstand schrumpft. Eine Einheit. Ich 성공. Untertitelung des ZDF, 2020 Strom reicht noch. Strom reicht noch. Strom reicht noch. Strom reicht noch. So, 50 Meter, dann werde ich mal eine Bremsung machen. So, und jetzt steigt mal unser Wissenschaftler aus. Der IWG-Bericht brauchen wir zwar nicht. So, jetzt krabbeln wir hier runter. Und jetzt schauen wir, ob wir wechseln können. Tatsächlich. Gut, dann steigt jetzt hier der Wissenschaftler aus. Nestlos und begibt sich mal hier rüber. Gut, dann steigt mal. Na gut, dann aufwärts. Wow. Gar nicht so einfach. Aber wir sind leicht drüben. Dann machen wir nochmal die Auflehne. 20 Meter. Ja. 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 Die Auflehne. So, jetzt müssen wir noch zurückkehren. Also Tom, wir können dich leider nicht hier lassen, hast du uns mal besucht, schönen Dank, was mit dir loslassen und zurück, bevor das andere Schiff zu weit weg ist. Und nähern uns wieder. Wow. So. Na greif. Ist das nicht die richtige Luge? Ne, der Luge ist da unten. So, wir sind wieder drin. Und jetzt kann man hier einen Abgang machen, Richtung Körbe. Das ist immer noch Polar, eine Umlaufbahn, die macht sich nicht so gut zum Fortkommen. Wir probieren es trotzdem mal. Hm, das wäre schon mal nicht so besonders gut. Sehen, ob wir so drehen können, dass wir... Wir haben noch 1200 zur Verfügung, okay. 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 So. 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 First Sekunden. Na gut, das haben wir. Also, auf nach Haus mit euch beiden. Ah, okay, ich kann nicht spulen und Kürbis auf einer Leiter sind, sehr gut. Guter Hinweis, du musst ja wieder einsteigen. Hast du nicht lange genug hier draußen rumgedrückt? Können wir gucken, ob das was bringt. Das haben wir ja schon, oder? Haben wir noch nicht. Weltraum hoch überminnen muss. Hohe Strahlung und Abgehung hat eingebunden und Leuchten gebracht. Wieder mal. Plus 13. Nehmen wir mit. So, wieder herstellen. Das Ding. Nehmen wir auch mit. Schleim fühlt sich wohl. Und da ist es wieder funktionsfähig. Tüchtig meine ich. Sehr tüchtig. Aber jetzt. Kehren wir zurück nach Minbus. Lass mal sehen, wie lange das dauert. Erstmal gescheit ausrichten. Plus Minbus da. Bringe ein Raumfahrzeug, das sich auf einem stabilen Umlaufbahncheck befunden hat. Zurück auf die Oberfläche von Körbin. Das wollen wir jetzt tun. So. Gucken. Gut, jetzt mal tatsächlich schon auf. Bringen wir es nachher ein ganz kleines bisschen wieder raus. Wir sind doch andersrum. So. So. So machen wir das. So. Und jetzt. Drei Tage. Zehn Tage. Okay. Hier hervorspulen. Und dann geht es zurück. So. Gucken wir mal wieder zurück. Heim wollen wir sie ja heute schon noch bringen. Zwei sind zu retten. Machen wir jetzt nicht. Sind die denn noch zu retten? Wir wollen jetzt den Minbus-Tausch nach Hause bringen. Aber wurscht. Kriegt er so. Ne, so kriegt er keine Sonne. Nicht, dass er dann keinen Strom mehr hat. Drehen wir nochmal ein bisschen. So. Und jetzt ab nach Hause mit dir. Die anderen müssen ja immer noch dort oben sein, ne? So. Und eine Nachtlandung, wie es aussieht. Aber das kann man jetzt auch nicht ändern. Ist halt so. Ah. Das war wieder falsch. Weil wir das Ding ausgetauscht haben. Ist schon mal so rum. Ah, spuren wir noch ein Stück. Ja. Und jetzt weg mit dem Teil. Es fliegt da oben gerade vorbei. Ziemlich knapper Entfernung. 50 Kilometer. Was kann das sein? Die Tecoba-Kapsel. Und das waren glücklicherweise nicht wir, was da geknallt hat. Hauptsache unser Fallschirm bleibt dran. Dass er nicht verbrennt. Wir messen schon mal zur Oberfläche. So. Automatische Ausrichtung. Jetzt geht's abwärts. Aber wir kommen nicht mehr zur Tagseite rum. Da hätte ich noch weniger eintauchen dürfen. Wir können ja mittlerweile mal gucken, was hier ist. Wissenschaftliche Daten von Minmus. Minmus. Ah, 46 Prozent bei der Moon-Geschichte. Von 50, die wir brauchen. Grüner Sandstein schauen wir dann auch mal. Wenn wir auf Minmus sind. Der Crew-Bericht bringt nichts. Flug über Kerbe ins Wasser. Na gut. Immerhin. Bringen wir ein kleines bisschen Wissenschaft mit nach Haus. Und es sind noch reichlich 10 Kilometer bis nach unten. Aber wir haben es heil geschafft. Jetzt müssen wir noch die Landung klicken. Und unsere Leute haben Erfahrung natürlich jetzt gesammelt. Vielleicht haben sie sogar beide jetzt zwei Sterne. Das werden wir gleich sehen. Noch 5 Kilometer bis zur Oberfläche. Jetzt wird der Schirm ausgeworfen. Jetzt wird der Schirm ausgeworfen. Und er geht auf. So. Und wahrscheinlich wieder eine Wasserlandung. Ja, genau. 350 Meter. Kleines bisschen die Zeit beschleunigen. Und normale Zeit. Und wir haben Okunde Minmus dieses Ding geschafft. also Bergmaß Raumfahrzeug. 25,6 Wissenschaft verdient. Und dann haben wir auch noch ein bisschen was gekriegt durch den Auftrag erledigen. Teile. Ja, nicht der Rede wert. Und die Crew. Tom Dad hat einen Stern verdient. Tekoba reicht aber noch nicht. Tekoba hat man ja erst, die war noch nicht auf dem Moon. Tom Dad schon. Also fehlt ihr noch ein bisschen was. Aber zumindest haben wir noch ein zweier Wissenschaftler jetzt. Fertig. Und jetzt gucken wir mal. Okunde Minmus. Jetzt können sie einen Landeversuch unternehmen. Oder eine Einleitung. Betretete Oberfläche. So. Und dann sollen wir sein so nah zurück. Lande auf Minmus. Betritt die Oberfläche. Kehrer von der Oberfläche zurück. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Weil haben wir diesmal nicht mehr geschafft. Weil noch was anderes dazwischen kam. Aber beim nächsten Mal. Können auch noch einen von der Umlaufbahn holen von Minmus. Machen wir aber nicht. Also erkunde Minmus. Check. Und das machen wir beim nächsten Mal. Für heute sage ich Tschüss. Bis wir dann auf Minmus landen beim nächsten Mal. Euer Astron hier. Tschüssi.